Hallo und guten Tag. Erde umgraben, Bäume pflanzen, Straßen pflastern, das ist harte Arbeit. Nichts für Menschen mit Behinderung? Doch. Wie es geht, beweisen die Mitarbeiter der Umweltwerkstatt in Münster. Jeden Tag aufs Neue. Aktion Mensch bedeutet für mich, eine Chance zu kriegen. Ich war sechs Jahre arbeitslos. Ich war immer zu Hause, immer zu Hause. Ganz lust verloren auch. Jetzt bin ich richtig glücklich wieder. Es geht, das klappt. Da muss man nur glauben und anpacken. Besser geht nicht. Die Aktion Mensch setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt eine echte Chance kriegen. Und Sie haben jetzt die Chance auf unsere Hauptgewinne. Viel Glück. Der Supergewinn in Höhe von 2 Millionen Euro geht an die Losendziffern 03 48 69 3. Der Geldgewinn geht an die 71 07 6 9 0. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 92 97 55 1. Das Haushaltsgeld geht an die 36 30 95 4. Die Gewinnzahlen für die Sofortrente lauten 07 00 86 3 und 34 71 27 9. Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch. Übrigens, mit einem Fünf-Sterne-Los der Aktion Mensch nehmen Sie am 5. November an unserer großen Jahressonderverlosung teil. Dort haben Sie die Chance auf extra Gewinne im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Infos gibt es auf aktion-mensch.de. Tschüss und bis zum nächsten Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017